Hey, schön, dass du da bist. Wir glauben, dass Jesus dir persönlich begegnen will. Vor 2000 Jahren hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, um zu erretten, zu befreien und um zu heilen. Und ich glaube, dass seine Agenda sich heute nicht geändert hat. Und so gut, dass wir heute über dieses Thema Heilung sprechen können. Und ich habe einen ganz besonderen Gast hier, den Daniel Exler. Daniel, danke, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit für uns genommen hast. Das Thema heute heißt, wenn Gott nicht heilt. Ziemlich provokanter Titel. Ich würde dich ganz kurz vorstellen, einfach so ein bisschen den Hintergrund zu haben. Du hast ja vor nicht allzu langer Zeit deine Story hier erzählt bei uns. Da ging es um die Diagnose MS, Multiple Sklerose und wie du davon geheilt wurdest. Du bist aufgewachsen in einer christlichen Familie. Dein Papa ist Pastor. Und ich vermute einfach mal, du bist jedes Wochenende mitten in die Gemeinde gekommen, oder? Wie war das so für dich? In der christlichen Blase drin? Du warst 19 Jahre alt circa. Was hat das mit deiner Gottesbeziehung gemacht? Also es war ziemlich schlimm für mich. Ich war im Krankenhaus, die haben mich durchgecheckt. Dann war er unheilbar krank, MS. Und es war Tragödie für uns. Und meine Mutter hat damals gearbeitet bei einer Pflege. Und da waren MS kranke Leute. Und sie hat mich gesehen, bereits im Rollstuhl, nicht aufs Klo gehen können, nicht selber waschen können, alles. Und sie hat mich schon so gesehen. Und es war ein Schlag ins Gesicht. Etwas ist passiert, etwas. Meine ganze Familie, ich habe ja sechs Geschwister. Jeder hat einen Tag genommen zum Beten und Fasten. Meine Eltern auch nochmal einen Tag. Und dann wurde ich durchgebetet und durchgefastet hier. Und alle haben mitgemacht. Wir haben es verstanden. Es ist ein Angriff nicht gegen mich, sondern gegen unsere Familie. Und wir haben angefangen, diesen Feind anzugehen namens Krankheit. Das ist keine persönliche Sache. Das ist eine Sache gegen unsere Familie gewesen. Und ich glaube, wir als Reich Gottes, wir müssen neu familienmäßig denken. Dass wir nicht mehr denken, ich, mein Problem, mein Problem. Nein, es sind unsere Leute, die hier angegriffen werden. Und es hat etwas verändert. Nicht nur bei mir in meinem Herzen, sondern meine ganze Familie. Wir sind eingestanden zusammen. Und das war richtig, richtig gut. Es hat etwas gemacht. Gleichzeitig habe ich verstanden, das Ding ist unheilbar. Ja. Realität. Genau. Aber was Unmögliches bei Gott ist, bei Menschen, ist möglich bei Gott. Ja, absolut. Und es hat etwas verändert bei mir. Ich habe gewusst, nur Gott kann mehr daran helfen. Und dadurch wird mein Glaube ziemlich stark, ja. Hattest du dann auch so einen Moment, wo du gesagt hast, hey Gott, was ist da los? Wieso ich? Wie konnte das passieren irgendwie? Weißt du, kamst du in so eine Anklage rein? Nie einmal. Okay. Ich habe verstanden, das Letzte, was ich tun darf in dieser Situation, ist Fragen, warum. Okay. Warum ist eine depressive Frage, worunter geht Zweifel? Die Antwort gibt es nicht. Die Antwort, die Frage ist nicht, warum. Die Frage ist, wie. Gott, wie komme ich raus? Wie will ich raus? Und diese Frage beantwortet die Bibel ziemlich einfach. Wow. Diese Warum-Frage, die, jetzt weiß ich sie, aber damals nicht. Und ich habe verstanden, in der Zeit, wenn man in Krankheiten drin sitzt, nicht fragen, warum, 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 sondern Gott, wie komme ich da raus? Wie willst du mich da raus wollen? Was wirst du tun damit? Wie stark. Und heute habe ich die Antwort. Aber wir leben manchmal in Zeiten, wo wir die Warum-Frage nicht beantworten können. Absolut. Und da ist wichtig, dass wir immer schauen, Jesus, was ist der Weg da drin? So gut. Komme ich auch gleich zur nächsten Frage. Du hast diese Heilung erhalten, ja, ich darf es mal so sagen. Und letztendlich war es dann auch so eine Initialzündung für dich, für deinen Dienst. Also mit diesem Heilungszeugnis bist du raus gestartet und dein Dienst ist über die Jahre explodiert, kann man so sagen. Du bist weltweit gefragter Sprecher. Du bist an jedem Wochenende und unter der Woche unterwegs. Du bist ein gefragter Sprecher, Prediger und du triffst auf Leute, die geheilt werden wollen. Davon gehe ich jetzt einfach mal so ein bisschen aus. Und ich glaube, dass das wirklich auch, ich weiß es, dass weltweit Leute auf dich persönlich zukommen mit der Bitte um Heilung. Wie gehst du mit den Erwartungen von Leuten, um die persönlich auf dich zukommen? Ja, ja. Das ist tatsächlich so, dass ganz viele anrufen bei uns, immer schreiben, herkommen, alles Mögliche. Die wollen in jeder Gemeinde, wo ich bin, wollen Leute Heilungsgebet haben, prophetische Worte und so weiter. Ist so. Was mache ich damit? Ich versuche es so zu machen wie Jesus. Ja. Jesus war umdrungen, umringt mit Menschen. Alle wollten Heilung. Alle wollten irgendwas haben. Was hat er gemacht? Er hat die Menschen geheilt. Er hat sich auf jeden Einzelnen konzentriert. Auf jeden Einzelnen hat er sich fixiert auf die Person, die vor ihm war. So versuche ich es auch zu machen. Ja. Super. Und dann kam eine Frau, die hat ihn von hinten berührt. Und viele kamen rum, wollten Heilung haben von ihm. Aber die Frau hat ihn mit Glauben berührt. Auch wie stark, ja. Und das beeindruckt mich. Und das habe ich auch als Eindruck für dich zu Hause. Du kannst zu Jesus kommen wie alle. Du kannst zu Menschen kommen wie alle. Oder du kannst Jesus direkt berühren, wie die blutflüssige Frau. Und Kraft wird fließen vom Thron Gottes in dein Herz hinein. Du brauchst nicht meine Hand. Du brauchst nicht von irgendjemandem. Du brauchst diesen Glauben, den es nun bei Jesus gibt. Und da möchte ich ermutigen, dass du heute, wenn du Jesus berühren wirst, wirst du geheilt werden. Das hat diese Frau gesprochen. Genial. Und solche Menschen beeindrucken mich. Die mir dann sagen, Daniel, ich habe ihn immer geschrieben. Ich habe Glauben gehabt und ich bin schon geheilt. Ich muss gar nicht kommen. Und da möchte ich euch ermutigen, wenn du jetzt gerade zuschaust, nimm den Glauben, durch den alles möglich ist. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Sehr genial. Wir leben ja heute noch in einer Zeit, wo wir möglichst alles sofort wollen. Also wir wollen unser Amazon-Paket sofort haben. Wir wollen, dass Heilung auch gleich da ist. Wenn du eine Diagnose bekommst, egal ob es jetzt was Dramatisches oder was Kleines. Ich habe neulich Rückenschmerzen gehabt. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich da auf diese Heilung hoffte, dass das Ding wieder weg ist, dass ich mich wieder normal bewegen kann. Wenn ich jetzt in die Bibel reinschaue, Neues Testament. Jesus heilt Menschen. Und wenn man diese ganzen Heilungsberichte liest, dann stellt man fest, dass die meisten Leute sofort geheilt wurden, unmittelbar. Jesus hat für die gebetet. Sie wurden geheilt. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, dasselbe zu tun heute. Und das tun wir auch. Das ist so genial. Und wir sehen oft, dass Heilungen sofort übernatürlich passieren, wenn wir Hände auflegen, wenn wir für Menschen beten. Manchmal passiert es nicht sofort. Aber was ist dein Rat an Menschen, bei denen es nicht sofort passiert? Nicht aufgeben, weiter glauben, weiter festhalten. Die blutschlüssige Frau, ich habe sie gerade erwähnt, sie war zwölf Jahre lang krank. Hätte sie bei elfeinhalb Jahren geendet, hätten wir nie was von ihr gelesen. Heute, 2000 Jahre nach diesem Wunder, ist sie immer noch ein Segen weltweit, weil sie Glauben festgehalten hat. Und ich wünsche dir, wenn du zu Hause schon elfeinhalb Jahre rumsitzt, warte nicht kurz vor dem Durchbruch. Hör nicht auf jetzt, sondern halte diesen Glauben fest. Und wenn Menschen zu mir kommen, die schon wie viele Jahre schon warten auf ihr Wunder, sage ich, bitte halte den Glauben fest. Bitte halte ihn fest. Und Jesus hat immer gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Und ich ermutige sie einfach, hey, gib nicht auf, halte fest an dem, was Gott gegeben hat. Und kurz vor dem Durchbruch, kurz vor dem größten Sieg, gibt es die größten Angriffe. Jesus war am Kreuz. Und kurz vor dem Tod waren die größten Angriffe. Und wo die größten Angriffe waren, Tod von dem Messias, Jesus Christus. Und danach kam der größte Sieg der ganzen Menschheit, die Auferstehung. Jesus Christus ist von Toten auferstanden. Und das möchte ich dir auch zusprechen, wenn du heftige Situationen hast in deinem Leben, kurz vor dem Durchbruch, gibt es meistens die größten Angriffe. Halte da fest. Gib nicht auf, bitte nicht. Ob deine Geschichte in 20 Jahren weitererzählt werden. Ist davon abhängig, ob du jetzt durchhältst oder nicht. Ja, danke. Wow. Als ich diesen Impuls bekam, oder als wir diesen Impuls bekamen, diesen Story Talk mit dir zu machen über dieses Thema Heilung, da flossen vor allem Erfahrungen auch rein und Gespräche mit rein, die ich mit Leidenden hatte. In der Kleingruppe bei uns zum Beispiel. Aber auch ich selber. Diagnose Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, ist noch nicht weg. Ich kann das hier einfach sagen. Mir geht es gut, aber die Diagnose besteht noch. Wir sind in einem charismatischen Umfeld und es kommt mir und anderen Leidenden manchmal so vor, wie wenn es hier so suggeriert wird, dass diese Heilung tatsächlich nur von mir abhängt, weil Gott ja schon alles am Kreuz getan hat. Es ist vollbracht. Und dann wird oft Jesaja 53 zitiert. Und ich weiß, dass diese Brüder und Schwestern, die dann für einen da so beten und auf einen zukommen mit diesem Thema, dass die es von Herzen gut meinen. Aber es sind oft mehr Ratschläge, als dass es mir tatsächlich weiterbringt. Also mir fällt da oft die Liebe drin. Es ist tatsächlich so ein Ding, mir kommt es ein bisschen werksgerecht vor, wie wenn es von mir abhängt, dass ich noch was tun müsste, um diese Heilung zu erreichen. Und da ist ganz viel Wahres dabei. Mag sein, dass ich noch irgendwo eine Sünde habe, die ich nicht loslassen will, dann sollte die weg sein. Aber ich bin mir sicher, dass Gott mir nichts Gutes vorenthält. Wie ist dein Rat in diesem Kontext an Leute, die drinstecken? Wir erleben in unserer Gemeinde oder im gesamten Leib Christi immer eine Spannung zwischen Stellung und Zustand, zwischen Wahrheit und Realität. Unsere Realität ist, ab und zu tut was weh, Diagnose ist da, irgendwas ist schwierig, Krankheit ist da, irgendein Problem ist da. Aber die Wahrheit ist das vollbrachte Werk am Kreuz von Golgatha, wo er gesagt hat, es ist vollbracht. Das ist die Wahrheit. Durch seine Streben sind wir geheilt. Wir sind frei vom Fluch, frei vom Tod, frei vom Verdammnis. Das ist die Wahrheit. Unsere Realität ist aber immer noch mit Problemen, immer noch mit Krankheiten, immer noch. Und diese krasse Spannung dürfen wir nicht, die Spannung zwischen diesen zwei, zwischen Wahrheit und Realität, nennt man Glaube, diese Spannung. Dir geschehen nach deinem Glauben. Wenn wir die abschneiden, rutschen wir rüber in eine, Gott lässt es halt zu, ich muss damit leben, er will mich strafen, verdammt es. Oder wir schneiden es ab in eine andere Richtung und ignorieren die Realität. Nein, wir sind in der Welt, wir haben das Problem, aber gleichzeitig sind wir genauso versetzt an himmlische Orten und wir haben genauso auch das vollbrachte Werk am Kreuz von Golgatha. Und wenn wir im Fleisch wandeln, werden wir vom Fleisch verderben ernten. Wenn wir im Geist wandeln, werden wir vom Geist ewiges Leben ernten. Das ist mein Ratschlag für alle. Ja, wir haben diese Spannung, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre vielleicht manche. Ich weiß nicht, wie lange es geht, ja, aber diese Spannung dürfen wir nicht abschneiden. Und haltet es fest, wir haben einen Zustand und der ist halt so, die Realität, aber die Wahrheit ist, durch seine Streben sind wir geheilt. Und wenn wir auf das vollbrachte Werk gucken, ist nur eine Frage der Zeit, bis es sich, bis es in unsere Ebene reinkommt, natürlich eben. Das nennt man ein Wunder. Ja, absolut. Ich spüre da so ein bisschen diesen schmalen Grad auch, ja, zwischen eben zwischen dem, es ist vollbracht und zwischen dem Zustand, den wir tatsächlich haben. Und die Spannung dazwischen, du hast so gut gesagt, das ist der Glaube, ja, der das quasi aushält und der das auch trägt, ja, diese Spannung. Ja, ja. Ich möchte ein bisschen in die Zukunft schauen, in die Ewigkeit. In Offenbarung 21, 4 steht folgendes. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Kann es manchmal sein, dass wir zu sehr im Diesseits sind, mit unserem Blick gerade auf körperliche Heilung betrachtet, aber auch alle geistigen Krankheiten, wie dazu Depressionen und so weiter. Dass wir absolut diesen Fokus haben, Heilung jetzt noch, solange wir in diesem Körper drinstecken. Und das andere, dieses ewige Heil quasi aus dem Blick verlieren ein bisschen. Ja. Das Allerwichtigste ist, dass wir gerettet werden, hundertprozentig. Absolut. Hundertprozentig. Das ist das A und das O. Ich würde lieber als total krank in die Ewigkeit gehen, wie gesund in die Hölle. Von daher ist ganz, ganz wichtig unser Zukunftsblick, hundertprozentig. Das ist das Allerwichtigste, weil die Rettung, darum geht es. Aber es gibt diesen Satz von Jesus, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf der Erde. Absolut, ja. Und dahinter steht die Battle Church, wo das vorangebracht hat. Und wir haben den Vorteil, wir müssen nicht krank in den Himmel, sondern wir haben diese Verheißung, dein Reich komme, von Jesus ausgeboren, wie im Himmel, so auf der Erde. Wir haben die Möglichkeit, vom Himmel Dinge auf die Erde zu bringen. Ja, ja. Durch Glauben wieder. Absolut. Wer sich Gott naht, muss glauben, Hebräer 11, Vers 6. Absolut, ja. Und das ist so wichtig da drin. Ja. Und nicht daran zu verzweifeln, wenn man es nicht erreicht in seinen Erwartungen, in seinem Plan. Ja. Weil Gottes Plan halt oftmals anders aussieht. Ja. In meinem Leben habe ich ja erlebt, dass ich gesund wurde. Ja. Aber das war nur ein kleines Wunder im Vergleich zu dem ganzen Paket, was Gott mir gegeben hat. Gott mein Leben verändert hat. Gott hat mein Herz verändert, meine Freundschaften verändert. Ich habe einen Zugang zu Gott bekommen, wie eine Standleitung, kann man sagen. Was? Und ich bekomme vom Himmel immer wieder ein Ding. Ja. Und ich predige heute, fast 20 Jahre nach der Heilung, immer noch von diesen Dingen, die Gott mir gegeben hat, immer noch frisch, immer noch stark. Und dieses ganze Paket der Abhängigkeit von Gott ist um Welten besser, wie die körperliche Heilung. So gut. Genau. Und aber Gott ist doch ein Gott des Überflusses. Er will das alles geben und die Heilung. Also ihm geht es um die persönliche Beziehung, ihm geht es um uns als Menschen. Ja. Und ein Beiprodukt ist die Heilung. Ja. Genau. Und deswegen stimmt das. Wir dürfen nicht auf die Heilung nur fixiert sein, sondern auf den Heilär. Absolut. Als sie geheilt wurde, das war interessant. Sorry fürs Unterbrechen. Alles gut. Wo ich geheilt wurde, rufen mich da, verschiedene Leute haben mich da angerufen und so. Ich war im Fernsehen dann und da ruft mich so ein Esoterik-Ehepaar. Und die rufen mich an und sagen, erklären Sie mir bitte das Prinzip der Heilung. Und ich wurde so, 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 so krass, innerlich fast aggressiv schon, weil ich habe verstanden, dass die Leute, die in der Esoterik, sie suchen die Heilung. Ja. Aber man kann die Heilung nicht vom Heilär trennen. Ja, absolut. Es geht doch bei Gott um eine Beziehung mit dem Heilär, doch nicht um ein Produkt der Heilung. Bis ich ihm gesagt habe, hey, das, was ihr sucht, ist eine Kraftquelle. Ich suche immer noch Kraft. Eine Kraftquelle. Aber diese Kraftquelle gibt es nicht bei der Heilung. Die gibt es nur beim Heilär. Und diesen Frieden, den ihr sucht in irgendeiner Kraft, den findet ihr nur beim Friedensgeber. Das ist Jesus Christus. Und das haben die dann verstanden. Da fällt mir jetzt gerade ein, der Gelähmte im Haus von Simon Petrus. Genau, genau das gleiche Ding im Endeffekt. Die haben den Gelähmten da reingetragen durchs Dach. Richtig genial. Und alle schauen Jesus an, was er jetzt wohl tun wird. Und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Sehr gut. Ziemlich aggressiver. Ziemlich anstößiger hat er gesagt. Warum? Weil er eins zeigen wollte. Sündenvergebung und Heilung ist ein Paket der Rettung Gottes. Und wenn Gott rettet, macht er alles. Und nicht nur einen kleinen Teil. Korrekt. Aber die Priorität war ja eindeutig auf diesem Sündenvergeben. Und dass ihr wisst, dass ich die Vollmacht habe. Seid geheilt. Deswegen stehe ich auf. Genau. So eine geniale Geschichte. So sind es auch Gottes. Paulus hat ja ziemlich viel vom Neuen Testament geschrieben. Und er spricht oft über das Ausharren und über die Schmerzen, die er hat. Und teilweise sind das Schmerzen, die im Zusammenhang mit der Ausbreitung vom Evangelium zu tun haben. Teilweise sind es aber auch einfach Schmerzen, die er an seinen Lebensumständen hat. Teilweise auch körperliche Schmerzen. Ich stelle fest, wenn ich selber als jemand, der in einer Situation drinsteckt, die von Krankheit geprägt ist und ich das aber offen kommunizieren kann, dass ich tatsächlich Beziehung bauen kann dann in diesem Moment eher zu Menschen, als wenn ich hier der große Überwinter bin. Und von Glory to Glory Eile quasi. Paulus kommt mir genauso vor. Paulus hat genauso kommuniziert. Der hatte gar kein Problem damit, seine Schwäche zu zeigen. Und so genial in 2. Korinther 12, da spricht er von diesem Stachel im Fleisch, was auch immer das war. Gottes Antwort darauf war ja für ihn, lass dir meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Und das ist so gut. Und mein Gebet ist wirklich auch, dass wir in der Gemeinde ein Umfeld haben, wo wir Schwachheit zeigen dürfen. Weil ich glaube, dass das Beziehung baut, zu Menschen und zu Gott. Wie ist das so deine, bieten wir genug Raum dafür im Gemeindekontext? Du als Pastor, was meinst du dazu? Ja, 100 Prozent. Das stimmt. Wir müssen eine Umgebung schaffen, wo Leute auch Schwachheit zeigen können, öffnen können. Ich bin so dankbar, dass wir das haben in unseren Gruppen, Kleingruppen, in unseren Kreisen, wo wir haben. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir uns auch öffnen können und auch in der Schwachheit und sagen, ich kann gerade nicht, ich bin schwach, bitte betet für mich und so weiter. Ich kämpfe damit schon sehr, sehr lange und so weiter. Das ist ganz wichtig. Aber dann ist es wichtig, dass wir in dieser Gruppe nicht in einer Selbstmitleidsgruppe enden, nur mit Schwachheit, 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 sondern dass wir auf den schauen, der die Schwachheit am Kreuz getragen hat, Jesus Christus. Und dass diese Gruppe sich transportiert und sagt, jetzt ist die Zeit um der Schwachheit, der Trübsal, der Trauer, des Mitleids. Es gibt so eine Zeit, ist es so. Aber dann müssen wir unseren Blick wieder erheben und sagen, Jesus, du kannst es machen. Und dann soll diese Gruppe zu einer Speerspitze des Evangeliums werden und sagen, es ist vollbracht. Und bringt zu einer richtigen Zeit das Evangelium, die Wahrheit des Evangeliums hinein in eine schwache Gruppe und macht von der schwachen Gruppe eine starke Gruppe. Und so hat Jesus seine Jüngere erwählt. Er hat sie genommen und hat sie transferiert, wo sie waren hin, zum Aposteln des Glaubens. Er hat die Schwachheiten verwendet und daraus diesen Erfolg gemacht des Evangeliums. Ja, absolut. Ja, wir kommen eigentlich schon Richtung Ende. Also, mir bleibt eigentlich nur noch, dich um ein Gebet zu bitten für Menschen, die jetzt gerade zuschauen und die in diesem Struggle gerade drin sind, die gerade in einer Situation drin sind, wo sie vielleicht kein Licht sehen, aber wo sie vielleicht auch an Gott zweifeln, an seiner Güte zweifeln. Ich würde dich einfach bitten, dass du betest für uns und speziell für die Personen, die gerade von Diagnosen überwältigt sind. Gerne. Ja, gut. Hau rein. Jesus, wir danken dir für jeden Einzelnen, der jetzt zuschaut. Wir danken dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, Jesus. Und wir beten, dass jeder, der jetzt irgendwelche Diagnosen bekommen hat oder wo schwierig gerade ist und wo echt damit kämpft, wir beten, dass du ihnen begegnest, da wo sie jetzt sind. Und ich spreche aus, dass Jesus spricht, dir geschehen nach deinem Glauben. Und ich spreche aus, dass neuer Glaube in deinem Herzen entsteht, weil du das Wort heute gehört hast. Ich möchte dich ermutigen, dass du das Wort Gottes annimmst und das festhältst. Und das Wort Gottes sagt, durch seine Streben ist Heilung geworden. Und ich bete, dass diese Heilung jetzt durch die Bildschirme in deinen Körper hineinkommen, da wo es ist. Wir zerbrechen jetzt in Jesu Namen jede Diagnose. Und wir sprechen aus, Jesu Wort ist größer. Und das Wort Gottes sagt, durch seine Streben ist in Heilung geworden. Und ich spreche aus, dass Heilung jetzt hineinkommt, mitten in dein Haus hinein, mitten in dein Körper jetzt hinein und Ordnung da zustande kommt in Jesu Namen. Amen. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt Leuten begegnest und Leute berührt werden mit deiner Liebe in Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Daniel. So gut. Gerne. Okay. Feini. Hey, unser Story Talk geht zu Ende. So gut, dass du dabei warst. Falls du uns kontaktieren möchtest, dann nutz einfach die Kommentarfunktion. Ansonsten bleibt mir einfach dir noch einen schönen Tag zu wünschen. Und vergiss nicht, was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Amen. kuv Gandhi von Foote und Ämnicas aber noch used nicht. Wir mixespiel dir mit uns, was wir aus, vielen Sch stycken dieses Pillen rinnen und